Hallo Freunde, Toni aus dem Cut ist da und ich habe irgendwie in dem Video nicht gescheit Hallo gesagt. Ich habe es irgendwie 10 Stunden lang gesagt, deswegen mache ich jetzt ein Hallo Toni aus dem Cut. Und ich wollte euch sagen, dass ihr jetzt gleich Slender sehen werdet und das waren die schlimmsten 20 Minuten Aufnahmen in meinem Leben. Das war wirklich sehr schlimm. Ich bin auch gerade, ich bin gerade mit den Nerven am Ende. Ihr werdet es sehen, das Video war echt schlimm für mich aufzunehmen. Ich war glaube ich, ich weiß nicht, das war das schlimmste Video in meinem Leben. Und ich weiß gar nicht, ob ich das hochladen werde, weil ich mich ganz schön angestellt habe. Aber es ist halt nicht gespielt, ich bin wirklich sehr schreckhaft. Egal, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ich muss mich kurz beruhigen. Ich brauche einen Schluck Wasser. Habt ihr das gehört? Da haben Kindertausendungen geschrien. Oh, erschreckt mich nicht so. Fängt ja einfach an zu reden. Hilfe. Okay, es fängt an. Und es ist ganz schön laut. Für die Leute, die Slender nicht kennen, das ist ganz schön gruselig. Schaltet ab, wenn es euch... Also... Ich hab da jetzt eine Taschenlampe und ich muss so... Ich spiel es jetzt zum zweiten Mal. Ich hab's heute, da hab ich das Spiel runtergeladen. Und ich spiel es jetzt eigentlich zum zweiten... Wieso? Was kommt denn? Hä? Wieso geht es denn nicht weg? Okay, Slender. Ich hab so Schiss. Ich hasse solche Spiele. Dann kannst du jetzt mal anfangen. Ich hab schon ein paar Regeln. Laufen nicht bis zum Zaun. Und dreh dich nicht zu schnell um. Und das... Bei mir ist irgendwie Schwarzbild. Ist das nur... Okay, jetzt nicht mehr. Da ist der Zaun. Ich hab doch gesagt, nicht zum Zaun. Ich hasse solche Spiele. Okay. Ich hab echt Gänsehaut, Leute. Das ist kein Witz. Ich hasse sowas. Okay, ich lauf jetzt hier rum. Hier ist also nicht so sonderlich viel. Ich weiß, dass es da irgendwo so ein Dorf gibt oder sowas. Aber... Ich weiß gar nicht, ob ich da hin will. Freunde. Könnte? Äh... Bitte? Können die? Fuck. Ich muss das alles verpiepen. Ich darf sowas gar nicht in meinen Videos sagen. Ich... Wieso muss ich denn... Oh Gott. Wieso muss ich denn jetzt hier durch den Wald laufen? Kann ich hier nicht... Ich will mich nicht umdrehen. Ich hab übel krass Schiss. Da... Okay, 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 okay. Ich hab diese Stadt gefunden, glaube ich. Glaube ich. Aber in dem Wald sind doch auch Papiere eigentlich. Aber ne, hier sind so viele... Ich will, ich will mich gar... Ich will... Ich will gar nicht irgendwo hinschauen. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Bitte nicht. Da vorne ist ein Papier. Ich hab ein Papier. 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 Gib mir Pap... Papier. Ich hab eins. Ich hab das erste... Oh, jetzt kommen komische Geräusche. Nein, 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 nein. Oh Gott. Hört ihr das? Das sind sowieso Donner. Heißt das, dass er in meiner Nähe ist? Oh mein... Bitte nicht. Blöder... Hundemist. Kacke. Wieso ist denn hier so neblig in den Wald? Wieso ist es eigentlich Nacht? Und wieso suche ich eigentlich Papiere? Boah, mein... Ich krieg so schlechtes Signal auf meine Kamera. Ich glaub, das heißt, dass ich da nicht hin soll. Ich glaub, ich muss da weg. Okay, alles gut. Da... Da ist ein... Da ist ein Papier! Ich hab mein zweites Papier gefunden. Leave me alone. Würde ich ja gerne. Aber... Ich möchte meine Papiere einsammeln. Das sind wichtige. Ich hab... Krass Angst. Ich weiß... Ich hab dieses Spiel auch noch nie gespielt. Ich hab's ein paar Mal bei ein paar Leuten gesehen. Deswegen weiß ich, wie das so ist. Ich hab mein Zimmer übrigens extrem hell gemacht. Ich hab alle Lichter angemacht, die ich im Zimmer anmachen kann. Theoretisch. Ich muss, glaub ich, zurück. Da sind ja so viele Häuser. Irgendwo muss ich da hin. Aber ich hab Angst. Und ich weiß auch nicht, wo ich lang muss. Gibt's hier keine Karte? Nee, irgendwie ja nicht, ne? Der läuft auch so richtig wie so ein Drampeltier, ne? Mit dem seine Schritte hören sich auch jedes Mal an wie so ein Elefant. Leute, wenn... Oh! Da war was! Da war was! Da war was! Ich glaub, das war nur ein Ebel. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab so Schiss! Ich muss damit... Ich möcht nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich... Ich möcht mich... Ich sag's euch von Anfang an, ich setz mir keins... Blöde Kamera, wenn du dich noch einmal bewegst mit deinem blöden Bändel. Ich setz mir keins Ziel in dem Spiel, weil ich das nicht lange aufnehmen werde. Weil ich definitiv sterbe. Ich bin... Ich hab so lange überlegt, ob ich das hier überhaupt mache. Aber dadurch, dass ich mit mir selber rede, fühle ich mich doch noch mal ein Stückchen besser, als wenn ich es alleine spielen würde. Weil ich spiel's zwar alleine, aber ich hab's Gefühl, als würde ich nicht... Ihr seid alle bei mir, Freunde. Unterstützt... Ihr steht hinter mir. Scheiße. Oh, ich kann die Taschenlampe an- und ausmachen. Okay, ich lass es lieber... Da ist der Zaun! Weg vom Zaun! Ich hab ihn gesehen! Ich hab ihn gesehen! Oh, ich muss mich abbringen. Das ist... Ich werde mir... Oh! Da ist der Zaun und das Lende! Ich hab so Angst, wo geh ich hin? Ich renne grad einfach weg. Bitte lass mich nicht zu fett sein, um hier durchzugehen. Okay, ich bin nicht zu fett. Okay, jetzt... Ich möcht nicht. Ich möcht nicht mehr. Ich hab doch alles jetzt erreicht. Ich hab ihn gesehen und hab Papiere. Ich möcht nicht mehr. Bitte beschimpft mich nicht in den Kommentaren als Memo oder so. Da ist ein Papier, oder? Papier! Drei Papier! Und Geräusche! Ich hab drei Pap... Kann sein, dass meine Lampe immer schwächer wird? Oder bilde ich mir das nur ein? Oh mein Gott, Geräusche. Laute Geräusche. Gibt's hier überhaupt irgendeine Strategie? Ich laufe hier einfach nur wieder rum. Oh mein Gott, ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Ich hab aber schon drei von acht Papieren. Das ist eigentlich richtig stark, glaub ich. Ich mag nicht mehr. Der kann ja wirklich an jeder Ecke stehen, der Blöde. Ich hab, ich muss in dem Video ganz schön... Ne, ich hab... Ich hab... Ich sag ja selten Schimpfwörter. Aber in so Krisensituationen, ne? Da rutscht mir das schon mal raus. Und es tut mir dann auch leid. Ich werd das auch auf... Was bin ich denn hier in so einem dichten Wald? Ich möchte doch einfach nur... Frieden auf Erden. Ich frag dir. Ich könnte ja auch zu dem hingehen und frag mal. Hey, Dobian. Magst du Frieden auf Erden haben? Ich kann dir helfen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich würd gern mal wieder in diese Stadt eventuell. Weil, äh... Da sind doch immer ganz viele Papiere. Ich glaub, die Lampe wird immer dunkler, oder? Ich hab schon das Gefühl, als wird die immer dunkler. Also auch an die Leute, die jetzt noch zuschauen. Ihr seid echt... Ich hab die anderen Paläte jetzt einfach mal ausgemacht. Da, da, da. Leute, ich kann zaubern. Aber, kacke. Wenn ich da reingehe, ne? Wenn ich da reingehe, muss ich ja auch rückwärts wieder raus, ne? Dann steht er da bestimmt. Wenn ich mich umdrehe, steht er da ganz sicher. Ich möchte mich auf keinen Fall irgendwie umdrehen müssen. Ich muss mich umdrehen, ich muss mich umdrehen. Ich muss mich umdrehen. Ah! Er war da. Oh mein Gott, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich mag das nicht spielen. Ich hab keinen Bock mehr. Ich möchte nicht mehr. Leute, wenn ich ihn noch einmal sehe, dann nicht mehr, ne? Ich wusste es, dass er da ist, wenn ich mich umdrehe. Ist er noch da? Ah! Er ist noch da. Ich muss weglaufen. Ich muss weglaufen. Hey, wieso verfolgt ihr mich? Ich hab grad die Stadt gefunden. Und grad hab ich die Stadt gefunden. Ich lauf jetzt einfach ohne Licht. Weil dann, ich hab gehört, dass wenn ich nicht so Licht hab, dann sieht er mich nicht so. Ich mag nicht mehr. Ich hab echt, ich möchte nicht mehr. Ich hab echt, ich bin grad echt. Ich möchte wieder zu diesem Dorf. Aber ich, dann ist er da. Ich mach mal ne Lampe aus. Nein, wenn ich sie wieder anmache, dann steht er vor mir, wenn ich sie ausmache. Das schwör ich euch. Ich glaub, das war die Richtung in dieses Dorf. Ich hab keine Lust mehr. Wie lange nehm ich denn jetzt schon auf? Ich glaub, das ist... Das ist auch das Einzige. Ich bin mir eigentlich recht sicher, also zu 99% sicher, dass ich das nicht nochmal aufnehmen werde. Das ist der Horror für mich. Ausnahme? Das kommt so krass bei euch an. Dann überlege ich's mir eventuell. Aber ich kann's mir auch schlecht vorstellen, weil wer möchte sowas schon freiwillig schauen, geschweige denn spielen. Ich nicht. Ich hab Angst, mich umzudrehen. Es gab Angst generell, was immer. Ich hab Angst, die Taschen dabei auszumachen. Ich hab Angst vor allem. Renn, renn, du Opfer, renn. Ich hab keinen Bock mehr. Ich möchte nicht mehr. Ah, Slender töt mich einfach. Mein Herz. Was ist der immer noch hinter mir? Ich mach die Lampe aus. Der kann mich ja nicht überholen. Ich bin tot, Leute. Ich bin grad mental tot. Okay, er ist weg. Er ist nicht weg. Er ist nicht weg. Er ist nicht weg. Er ist immer da, wo ich hinguck. Ich glaub... Ich kann das nicht mehr. Ich kann es nicht. Ich kann das nicht. Nee, ich find die Stadt nicht mehr. Ich bin grad wirklich nervlich am Ende. Ich hab echt Angst. Das ist der... Ich... Ich kann das nicht weg. Ich kann das nicht weg. Ich kann das nicht weg. Er ist weg.